Pumuckl ist 50 Zentimeter groß und wiege sage und schreibe nur 35 Kilo. Pumuckl habe ich jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre und wo ich den gekriegt habe, war der glaube ich so 46, 47 Zentimeter und er ist kleinwüchsig. Das heißt also, wie bei Menschen man das auch sieht, dass normale Menschen kleinwüchsige Kinder kriegen können und so muss man sich das bei diesem Pferd auch vorstellen. Es ist eine Laune der Natur. Er hat natürlich schon ein bisschen Starallüren, er darf auch ins Haus zum frühstücken, was die anderen Ponys natürlich auch nicht dürfen, aber Pumuckl darf das dann schon mal. Dann frühstücken wir gemeinsam und ziehen schon mal los. Das ist so ein Herzepony ist das. Man möchte immer was mit ihm machen, man möchte ihn immer knuddeln, streicheln und Melikosen und einfach liebhaben. Das ist so ein, ja so liebe Pony ist das. So ein Kuschelpony, so ein klein und einfach ein unheimlicher Freund. Das ist so ein Kuschelpony. Untertitelung des ZDF, 2020